Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal eine neue Methode an und zwar wie wir nämlich Dropshipping betreiben zwischen den beiden Plattformen Amazon und Ebay, den zwei größten Online-Märkten, die es gibt. Und ja, jetzt auf jeden Fall eine neue Methode. Wir haben uns ja das letzte Mal damit beschäftigt, rund um das Thema Ebay-Kleinanzeigen, wie wir kostenlose Ware finden können, wo Leute quasi ihre Ware nicht mehr gebrauchen, sie kostenlos anbieten und wir sie einfach nur abholen können. Da müssen wir natürlich ein bisschen unser Auge schulen, um die richtigen Artikel zu finden und dann auch einzustellen. Aber ich habe euch ja gezeigt, mit dem Schallplattenspieler zum Beispiel war bei einer Auktion bei 35 Euro und der wurde tatsächlich genau derselbe Schallplattenspieler sozusagen verschenkt. Und vor allen Dingen stand auch noch in der Beschreibung, ja, funktionstüchtig. Das war, ja, das Video davor und heute schauen wir uns auf jeden Fall mal eine neue Methode an. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt jetzt auf Subscription, abonnieren, ja, ihr müsst nichts zahlen für diesen Kanal, ja. Ihr bekommt immer wieder neue Impulse, neue Ideen, wie ihr dementsprechend online Geld verdienen könnt. Jeden Tag kommt ein neues Video. Ich bin konstant am Produzieren und, ja, jetzt habe ich hier ein Produkt rausgesucht und zwar Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, die Playstation 2 Version. Ich habe zuerst geguckt nach dem ersten Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen. Den gibt es tatsächlich gar nicht mehr bei Amazon. Der ist komplett ausverkauft und wenn man sich das anschaut, hier bei Ebay, nämlich Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, ich muss mich wirklich dafür entschuldigen. Ich bin Harry Potter Fan, als Kind gewesen vom Feinsten und ich hätte auch echt Bock wieder zu spielen. Und wie ihr hier sehen könnt, das Ganze wird mittlerweile hier verkauft für 79 Euro, das Spiel. 89 Euro, 60 Euro, 104 Euro, 150 Euro. Wahrscheinlich, wenn es noch neu verpackt ist, dann steigt der Preis umso mehr. Ja, genau, das Ganze gibt es natürlich auch dann für PC. Also, falls ihr noch zu Hause, ich sage mal, eine Kiste voll Spiele habt, PC-Spiele oder Playstation-Spiele spielt keine Rolle. Wenn sie alt sind und noch in einem guten Zustand, dann bekommt ihr wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld. Okay, hier, ja, PC-Version nicht so teuer, tatsächlich günstiger, da lohnt sich dann doch die Playstation-Version mehr. Das wird um einiges mehr verkauft und wenn man hier bei Amazon danach sucht, dann findet man den Artikel tatsächlich gar nicht mehr. Ja, also hier steht derzeit nicht verfügbar. Und das ist genau das, da steigen die Preise. Ja, wenig Angebot trifft auf hohe Nachfrage, bam. Und ja, jetzt habe ich einfach mal geguckt, okay, was gibt es denn sonst noch so für Antiquitäten oder ältere Spiele? Ja, das sind noch nicht mal die ältesten Spiele überhaupt. Es gibt so viele weitere Spiele noch aus den 90ern, wenn man da mal ein bisschen noch detaillierter recherchiert. Gut, wenn man natürlich jetzt vor 95 oder so guckt, ich war, bin erst 95 geboren, 1995. Deswegen war Harry Potter halt so eines der ersten Spiele für mich. Und deshalb habe ich mir das heute hier ausgesucht. Und so, Harry Potter, zum Beispiel dieser Teil hier für die Playstation 2 neu, wird für 55 Euro angeboten. Und hier ist tatsächlich auch nur noch eins auf Lager. Das heißt, wenn wir jetzt bei Ebay mal schauen, nach dem gleichen, auch neu und verpackt, das ist natürlich wichtig, dann seht ihr schon hier, 299 Euro wird das Ganze hier angeboten. Natürlich, ihr müsst darauf achten, das ist eine Most Wanted Edition. Das wird natürlich dann noch mal umso teurer verkauft oder umso mehr verkauft. Aber nichtsdestotrotz, schaut mal hier, ja, 89 Euro. Das heißt, rein theoretisch 299 Euro. Rein theoretisch wäre es jetzt möglich, das Ganze hier einmal zu kopieren und zu pasten. Das heißt, ihr könnt auch dann so gesehen die Bilder einfach kopieren, herunterladen und auch die Produktinformationen angeben, so wie sie hier stehen und sie dann wieder bei Ebay hochladen. Und das ist der ganze Prozess von Ebay Dropshipping. Ja, das war jetzt nur das Harry Potter Beispiel. Wir schauen uns das Ganze jetzt aber mal nochmal in anderen Nischen an. Und dazu gehen wir einfach mal auf alle, dann gehen wir auf Bestseller. Und dann bekommen wir eigentlich schon die bestverkauftesten Waren überhaupt. Jetzt hier Bestseller in Sport und Freizeit. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, hier gibt es die verschiedensten Kategorien. Ja, lass uns doch einfach mal schauen. Zum Beispiel hier dieses AirUp Starter Set. Ja, das hat meine Mutter tatsächlich, ich habe ihr das mal geschenkt zum Geburtstag. Und das kostet 39 Euro. Und mal schauen, ob wir das Ganze, ja, Dropshippen können zu Ebay. So, dann gehen wir einfach mal an AirUp Starter Set. Und was sehen wir hier? Tada, 49 Euro. Ja, das heißt, die komplette Strategie, 47 Euro. Die komplette Strategie von, ja, Ebay Dropshipping ist im Grunde genommen einfach nur das 1 zu 1 nachzukopieren. Und wenn wir uns das genau mal hier anschauen, dann sehen wir auch, das sind exakt die gleichen Bilder, exakt das Gleiche. Ja, und wir wollen auch wirklich nur die Artikel raussuchen, die auch unter den Bestsellern sind und sie dann hier bei Ebay anbieten für einen kleinen, geringeren oder für einen kleinen, höheren Preis. Also ihr solltet wirklich nicht zu sehr an der Preisschraube nach oben drehen. Das ist schon relativ weit nach oben gedreht, 49 Euro. Während hier es für 39 Euro angeboten wird, hätte ich gesagt, naja, vielleicht 45, 5 Euro Gewinn wäre auch noch in Ordnung. Bei 10 Euro wird es dann vielleicht schon etwas zu viel. Also ihr solltet schauen, dass ihr natürlich die Margen nicht zu hoch nehmt. Und das ist eigentlich das einfachste Geschäftsmodell überhaupt. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, ja, aber darf man das denn überhaupt? Darf man denn überhaupt einfach hier Produkte von A nach B transferieren? Was bei Amazon ist, darf ich jetzt hier auch bei Ebay verkaufen? So gesehen ja eigentlich schon. Ich meine, der Verkäufer hier von Amazon freut sich, denn ihr kauft die Ware hier ein. Ja, ihr gebt das Ganze hier in den Einkaufswagen. Dann dementsprechend geht ihr ganz normal diese Transaktion durch. Und dann müsst ihr halt eben noch angeben, okay, jetzt versenden an eine dritte Person. Das heißt, oder ein Geschenk an eine dritte Person. Das heißt, ihr müsst dann dort quasi die Adressdaten desjenigen angeben. Und dann wird sozusagen als Geschenk das Ganze beim Kunden abgeliefert. Natürlich, der Kunde wird sich wundern, oh, warum steht denn da jetzt Amazon drauf? Und vielleicht schaut er dann auch nochmal drauf und denkt sich, oh, das wurde ja hier bei Amazon. Ja, vielleicht der eine oder andere Kunde schickt das Ganze zurück. Aber die meisten werden sich nicht nochmal die Mühe machen, wegen 5 Euro zu sagen, ach komm, ich schicke es jetzt zurück. Also wirklich nicht. Außer ihr übertreibt es und das hoffe ich halt eben nicht, dass ihr bei den Margen, ich finde schon hier bei 10 Euro ist die Marge etwas zu hoch. 5 Euro ist okay. Ansonsten könntet ihr nämlich Reklamationen bekommen und das wäre halt sehr ärgerlich. Das heißt, versucht die Reklamationen möglichst gering zu halten. Genau. Und das ist das ganze Geschäftsmodell. Dropshipping ohne China, ohne irgendwie aus dem Ausland, ohne Lieferengpässe, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen mit AliExpress und Co. Weil da hört man ja auch immer sehr, sehr häufig, oh, hier und da gibt es Probleme. Eine weitere Möglichkeit, die ich euch auch noch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel mit Big Buy. Ja, Big Buy, die sitzen in Spanien und die bieten auch tatsächlich einige Ware deutlich günstiger an. Und auch diese Ware kann man dann durchaus Dropshippen. Genau. Ihr müsst natürlich schon einige Artikel einstellen, denn ihr seid nicht die Ersten, die dieses Geschäftsmodell für sich entdeckt haben. Dropshipping ist auch nicht wirklich neu und man muss auch verdammt viel Zeit und Mühe reinstecken. Aber für Anfänger definitiv geeignet, vor allen Dingen für Leute, die halt noch kein Startkapital haben für Werbekosten, für das Bestellen aus dem Ausland oder Amazon FBA zu betreiben, zu sagen, ich bestelle eine große Menge. Ja, das ist für Anfänger alles nicht möglich. Das heißt, das sind eben die Startmodelle. Ja, das Startmodell hier mit Dropshipping zwischen Amazon und Ebay oder was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, mit Ebay Kleinanzeigen auf die Suche zu gehen nach zu verschenkenden Artikeln oder auch Dropshipping zu betreiben zwischen den beiden Plattformen von Ebay Kleinanzeigen und Ebay. Nee, das geht auch. Ist auch theoretisch alles machbar. Und so geht ihr jetzt nach und nach jede Kategorie für sich durch und schaut halt immer, wie gesagt, die Bestseller sind tatsächlich sehr, sehr wichtig, denn dann bekommt ihr auch eine hohe Nachfrage. Und Ebay, wie gesagt, da braucht ihr keine Werbung schalten. Dort sind schon die Leute auf der Plattform. Ja, und es ist deutlich leichter, das Geschäftsmodell, als wie wenn ihr mit Shopify startet, wo ihr dann noch zusätzlich Ads schalten müsst über Google und über Facebook. Das braucht deutlich mehr Arbeit und Zeit und ja, das würde ich Anfängern erstmal tatsächlich nicht empfehlen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn sie kein Startkapital haben, wo sie sagen können, da bin ich bereit, dieses Kapital auch zu verbrennen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Like da und ja, abonniert den Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.